80 rechtsradikale Jugendliche versuchten das Heim zu stürmen. Mit Pflasterstein werfen sie die Scheiben ein, schleudern Brandsätze. Die meisten der Angreifer wohnen in unmittelbarer Nachbarschaft. Haben Sie denn Verständnis dafür, wenn sowas passiert, wie vor einer Woche, wenn es einen Brandanschlag auf das Heim gibt? Verständnis auf der einen Seite ja. Ich würde es vielleicht auch mitmachen, sage ich Ihnen ganz ehrlich. Wer könnte denn ein Mensch sterben? Das darf doch schnell sterben nicht. Verbraucht er noch uns? In diesem Land sind immerhin schon mal systematisch Menschen ermordet worden. Muss man da nicht ein bisschen vorsichtig sein? Die haben es ja noch miterlebt. Es ist aber davon auszugehen, dass wir in vielleicht vier bis sechs Wochen nochmal einen Überfall dann richtig planen. Und dann brauchen wir eigentlich auch keine Angst unbedingt haben, weil die Anwohner sind alle auf unserer Seite. Und vielleicht lässt sich die Polizei wieder Zeit. Ich meine, dann klappt das schon. Was klappt dann? Na, dass man das Auslandwohnheim vielleicht brennt oder so. Das wäre nicht schlecht. Protesttreffen in Leipzig waren. Fast die gesamte Nachbarschaft ist auf die Straße gekommen. Ihr Ziel, sie wollen kein Asylbewerberheim in ihrem bürgerlichen Wohngebiet. Meine Befürchtungen gehen da hinaus, dass der soziale Frieden in diesem Wohngebiet nicht mehr gewährleistet ist. Die Leute haben Angst, haben Angst um ihre Grundstücke, haben Angst, dass diese Grundstücke erstens entwertet werden. Das ist die ökonomische Variante. Aber die größere Angst besteht noch darin Zunahme der Kriminalität, Drogenkriminalität, Beschaffungskriminalität. Da wird an kirchlichen Feiertagen, wird da orientalische Musik abgeleiert da drüben. Meine Frau muss oft abends spät nach Hause unter Straßenbahn, die Alleehof. Muss ich jeden Abend Angst haben, dass sie gesund nach Hause können? Die Ermittler hatten trotz der rechten Gesinnung der Täter keine Anhaltspunkte für ein rassistisches Motiv finden können. Wir haben insbesondere nicht feststellen können, dass einer der beiden Angeschuldigten hier aus ausländerfeindlichen oder rechtsgerichteten Motiven gehandelt hat. Das ist das gleiche Rassistenpakt! Das Land schiebt vor, denn der Staat schiebt ab! Das ist das gleiche Rassistenpakt!